Für eure individuelle Oktoberfestparty habe ich hier etwas ganz Besonderes. Den Weißwurstsalat. Wie ihr den machen könnt, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cookst du mit Kalle. Herzlich Willkommen! Zunächst wie immer zu den Zutaten. 12 Weißwürste, 50 Gramm frische Petersilie, eine rote Zwiebel, 3 Esslöffel süßen Senf, 4 Esslöffel Speiseöl, 4 Esslöffel Essig, Salz und Pfeffer und jetzt kommt ein Glas Radieschensalat eingekocht. Hier oben könnt ihr euch das Video zu meinem selbstgemachten süßen Senf anschauen. Und unter diesem Video verrate ich euch, wo ihr das Rezept für den selbst eingelegten Radieschensalat findet. Den findet ihr in meiner Facebook-Gruppe Kochen, Backen, Kalte Küche. Und los geht's. Die Weißwürste zunächst in heißem Wasser 10 Minuten lang garen. Das Wasser darf nicht kochen, sonst platzen die Würstchen. Und noch warm wird dann die Pelle der Weißwürste abgezogen. Jetzt können die Würstchen in 3 bis 5 Millimeter dicke Scheiben geschnitten werden. Danach wird dann die Zwiebel geschält und in feine Würfel geschnitten. Und jetzt kommt der schon angesprochene Radieschensalat dazu. Ich habe diesen gewählt und nicht frische Radieschen, weil die Konsistenz der Zutaten ungefähr gleich sein sollte. Die Radieschen haben natürlich beim Einkochen leicht an Biss verloren und sind jetzt etwas weicher. Sie werden jetzt abgeschüttet und da sie ja mit einigen Zutaten im Glas waren, werden die jetzt noch herausgefischt, weil ein Lorbeerblatt oder Pfefferkörner haben in dem Weißwurstsalat nichts zu suchen. Im nächsten Schritt wird die frische Petersilie gewaschen, verlesen und gehackt. Und dann rein in den Salat. Jetzt werden die Weißwürstchen, Zwiebeln, Radieschen und Petersilie zusammen vermengt. Und dann kann als nächstes die Salatmarinade gemacht werden. Die Marinade besteht aus dem süßen Senf, dem Öl, dem Essig, Salz und Pfeffer. Und wenn die Marinade noch zu dick ist, dann kommt ein wenig Wasser hinzu. Die Zutaten für die Marinade gut vermengen, dann über den Salat und jetzt in den Salat einrühren. Nun ist der Salat also fertig und bestenfalls sieht er dann so aus. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.